Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, ich fange jetzt hier an zu studieren, habe einen Nebenjob bei Meckels, soll ich das noch machen, brauche ich das noch oder breche ich das jetzt ab, weil es auch keinen Spaß mehr macht. Ich bin halt sehr fremdbestimmt, weil wir so ein großes Team um mich herum gebaut haben. Die Logik dahinter ist, meine Ressource ist endlich, aber alle Ressourcen drumherum sind theoretisch unendlich. Wir hatten das Büro ursprünglich angesetzt, die Baukosten für 800.000 Euro. Und das ist dann im Laufe der Corona-Pandemie und des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine auf zweieinhalb Millionen gewachsen. Genau, und dann irgendwann war so der Moment da, wo wir uns mal fragen mussten, okay, aber was ist jetzt die Zukunft von Instinct 3? Weil, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, dann ist ja alles aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Working & Sharing Podcasts. Mein heutiger Gast ist Max Knabe aka Hand of Blood und wir reden über alles eigentlich im Großen und Ganzen. Von seinem Anfang bei YouTube, über sein Praktikum bei Freaks4U bis zu seiner Firmen, und dann Holding-Gründung, ja, und über alles, was dazwischen passiert, Knabe Malz, über seine Verwandlung und was ihn alles so beschäftigt und über moralische Kompässe und so weiter und so fort. Also, vollgepackt, lange Folge, falls ihr Lust habt, mehr davon zu erleben, dann lasst doch gerne einfach direkt mal ein Abo da, dann weiß ich, dass es gut ankommt und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Max, schön, dass du da bist. Paul, schön, dass ich hier sein darf. Ey, du bist ja jetzt in letzter Zeit viel rumgekommen auch und du warst auch in dem einen oder anderen Podcast schon und da direkt... Gar nicht mehr. Das kommt auch noch. Du hast ja viele Verwandlungen, in Anführungsstrichen, jetzt in der letzten Zeit durchgemacht. Aber da gleich vorneweg die Frage, was fandest du bisher die spannendste Frage, die dir gestellt worden ist? Spannend. Also, ich glaube, die spannendste Frage war, da ging es um einen Shoutout, den man geben soll. Einfach an irgendetwas, irgendjemanden oder einen bewussten Nicht-Shoutout an etwas. Und da habe ich einen Shoutout gegeben an, kennst du vielleicht auch, es gibt in manchen Kneipen so Kotzstationen, also damit man die Toiletten nicht vollkotzt, wo man sich so festhält und dann hat man auf Kopfhöhle so ein Becken. Da habe ich dann einen Shoutout an diese Sache gegeben. Ist großartig. Danke. Nee, es ist wirklich auch an sich, die Erfindung ist großartig. Das blockiert dann auch keinen Toilettenplatz. Voll. Ja, nee, finde ich gut. Sag mal... Aber ganz kurz, da ist mir aufgefallen, dass das eine regionale Sache ist. Dass viele kannten das nicht. Nee, also ich glaube, ich habe das auch erst ein einziges Mal in meinem Leben gesehen. Ich könnte dir nicht mal zuordnen... Krass. Wo? Ich weiß, dass es zum Beispiel bei... An Karneval werden manchmal solche Sachen extra aufgebaut. Solche Sachen? Naja, komm. Das ist schon... Da wird auch in jedes Pissoir dieses Netztor aufgebaut mit dem Ball, aber das kennst du, oder? Ja, ja, das ist aber auch wichtig. Aber das hat mir tatsächlich schon mal eine Barbesitzerin gesagt, dass das zu 100 Prozent, naja, oder mehr, also es hat einfach die Hygiene auf den Toiletten so verbessert, weil so viel weniger... Weil die Leute treffen wollen. Ja, auch betrunken. Ist das krass. Weil Männer da einfach seltsam sind. Aber das ist doch schön. Hey, ist total schön. Sag mal, um mal ganz, ganz weit zurückzuspulen. Ich hatte jetzt extra nochmal geguckt, wir beide kennen uns jetzt schon seit neun Jahren. Fand ich auch sehr spannend. Aber auch die Zeit noch davor. Wie hat das Ganze bei dir angefangen? Mit YouTube und so? Ja. Ja, also, ich bin halt leidenschaftlicher Gamer, so seit Kindesalter an. Ich weiß noch, in den 90ern haben meine Eltern einen PC geholt, so ein 100 Megahertz Ding mit Windows 95, 133 Megahertz waren es, glaube ich. Und für meine Schwester als Lern-PC, die war damals in der vierten Klasse, ich in der ersten. Und guess what? Wer hat nicht gelernt an diesem PC? Und wer hat Siedler installiert? Und Age of Empires. Ja, und so ging das dann los. Und fortan waren einfach Videospiele mein most favorite Hobby. Und fast forward, in der Schulzeit, gerade auch gegen Ende, so elfte, zwölfte Klasse. Ich hatte damals einen Kumpel, der kam auch aus Salzgitter. Ich habe in Salzgitter gewohnt, Salzgitter Bad. Bin aber in Braunschweig zur Schule gegangen, das ist so 30 Kilometer entfernt, entfernt in Südniedersachsen. Und gab es eine schlechte Anbindung, also habe ich immer einen Expressbus nehmen müssen. Der fuhr immer so eine Dreiviertelstunde. Und der ist aber nur einmal die Stunde gefahren, und ergo war ich dann immer eine halbe Stunde vor Schulbeginn dort und musste halt übel mir erst mal die Beine im Bauch stehen. Und ich hatte einen Kumpel, dem ging das genauso. Er kam auch aus Salzgitter. Und wir haben damals immer über Videospiele geredet. Und er fing irgendwann an, das muss so 2009, 10 gewesen sein, über so einen Let's Player zu reden, der sich CK schimpfte. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst. Äh, ganz, ganz dunkel. Der hatte halt so derzeit 20.000 Abos. Uh, 2009 ist krass. Ja, neun oder zehn. Da hatte Gronkh 10.000. Und dieser CK, der hat damals gerade so Assassin's Creed 2 geletsplayt oder Fable 3. Und genauso in der Art und Weise, wie man das so ganz klassisch im Kopf hat. Und ich stand da, und mich hat das nicht gejuckt. Welcher YouTuber, und ist mir doch scheißegal, wer der Hans ist so. Und mein Kumpel damals hat mich aber unnormal zugelabert, weil der CK hat damals auch so Viewer Games gelivestreamt in League of Legends. Äh, also ganz wild damals schon. Und es müsste auch Twitch gewesen sein, könnte aber auch eine andere Plattform gewesen sein. Kann auch Justin TV gewesen sein. Genau, das könnte Justin TV gewesen sein. Oder es war owned 3D TV, gab's auch noch. Oh ja. Und da hab ich auch, glaube ich, ein, zweimal drauf gestreamt. Also es war so die Plattform vor Twitch, wo gelivestreamt wurde. Und, ähm, ja, er hat dann immer darüber geredet, wie toll das so ist und war gestern und mit dem CK. Und ich hab dann irgendwann gesagt, Digga, komm, ich mach das jetzt auch mal. Oder lass das zusammen machen oder so. Ähm, so eher aus Jux natürlich. Und dann haben wir einfach mal am Wochenende was aufgenommen mit unserem, äh, Ranz-Gear. Vor allem ich. Schön von Edeka. Äh, das Headset. Natürlich noch keine Cam. Und mein PC war auch so scheiße. Ich hab damals, ich hab, ich musste ja erstmal, ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Erstmal Software runterladen. Äh, natürlich kostenfrei. Mhm. Ne? Das ist wichtig. Wie hieß es damals alles nochmal? Es gab diese Bandicam oder, oder so ähnlich hieß die. Das hab ich nicht genutzt. Ähm. War Fraps nicht auch so einer der Ersten? Fraps, ja, ja. Fraps hab ich von Anfang an genutzt. Schön mit 20 FPS League of Legends aufgenommen. Muss man sich mal heutzutage vorstellen. Wer kriegt es hin, League of Legends auf 20 FPS runterzuballern? Ähm. Und es war nicht mal 16 zu 9. Es war irgendwas Weirdes, hab ich hinbekommen. Also es war auch nicht 4 zu 3. Es war ganz weird. Cinemascope einfach. Ja. Es war richtig scheiße. Und, äh, Audio Quali war auch quasi als ob man in so ein, in so ein Schnur, selbstgebaute Schnurtelefon rein spricht. So klang das, diese Plastikbecher oder was man da macht. Und, ähm, ja, das haben wir noch hochgeladen. Gibt es tatsächlich noch. Ähm. Ähm, und so fing das dann an. Und irgendwie hat das dann Bock gemacht. Wir haben das dann mal zu zweit gemacht. Also wir hatten beide unsere Kanäle, haben direkt so ein Let's Play Together gemacht. Direkt dick Crossproben mit zwei neuen Accounts. Ja, ja. Und, äh, genau. So fing das an. So, und dann hab ich fortan so drei, vier Jahre oder, ja, drei. So echt wie ein Hobby. Also immer mal, wenn ich Bock hatte, was hochgeladen. Gar nicht so mit einem, mit einer Stringenz dahinter. Oder dass man gesagt hat, ey, ich will jetzt jeden Tag das hochladen. Oder das und das ist mein Kanalkonzept. Und überhaupt nicht so. Das war echt total, einfach nur, worauf man Bock hatte. Ähm, ja, so fing das an. Ja, und dann ging's ja doch immer weiter. Also ich weiß ja natürlich auch so ein paar Sachen. Du wolltest ja auch aufhören. Du wurdest ja dann zum Glück, ähm, äh, Kutscher warst, oder? Der dich bei der Stange gehalten hat. Mein erster Manager. Dein erster Manager, ja. Stimmt, da, äh, da gibt's doch auch noch eine, äh, äh, schöne Anekdote. Wie dein, dein erster Call war das, das war mit Freaks dann, ne? Genau, mit Freaks for Gaming. Also, long story short, ich hab das halt vier Jahre lang so gemacht, wie eben beschrieben. Oder sagen wir drei. Und dann hab ich's ein Jahr versucht, richtig mit täglich Uploads und auch Kanalkonzept, so semi. Ich hatte dann immer so die Problematik, mach ich jetzt League of Legends Guides und League of Legends Content oder mach ich Horror Let's Plays tatsächlich? Horror Let's Plays waren damals so voll mein Ding. Und, ähm, dann hab ich das versucht, so ein Jahr mal durchzuziehen, richtig, dass man irgendwie auch Progress hat, also, dass man auch ein gewisses Wachstum verspürt, dass das Hobby irgendwie vorangeht, dass man das Gefühl hat, okay, hier entwickelt sich was. Aber ich hatte dann nach vier Jahren, äh, ich glaube, 800 Abonnenten, ähm, und meine Videos hatten so 50 Klicks. Und das waren dann so nach vier Jahren, vor allem, wenn man ein Jahr durchzieht und dann ja auch echt Zeit reinsteckt, so jeden Tag ein Video, das frisst ja auch Zeit. Und dann hab ich mich irgendwann gefragt, okay, äh, ich fang jetzt hier an zu studieren, hab einen Nebenjob bei Meckles, äh, soll ich das noch machen? Brauch ich das noch? Oder brech das jetzt ab, weil es auch keinen Spaß mehr macht, so. Und da hab ich Kutscher, genau, im Studium getroffen. Und der hat dann, also wir haben uns mega random getroffen, er meinte dann, ey, zieh das unbedingt durch, ist ja mega geil. Und dann haben wir uns ein Kanalkonzept, ein neues überlegt, wo er super viel Input reingegeben hat. Genau, und dann kam so, äh, kam der, so ein, zwei Videos, die so der Durchbruch waren, denke ich. und dann gab's einen Call, den du gerade angesprochen hast, genau. Früher auf YouTube war es ja so, man hatte ja noch dieses, diese Nachrichten-Postfächer. Also man hat so ein E-Mails-System. Ja, ja. Aber es war eigentlich wie ein E-Mail-System, weil man konnte auch richtig Leute ins CC nehmen oder Nachrichten am Meere. Und Maxim, den kennst du ja auch, der hatte damals 50.000 Abonnenten auf YouTube 2014. Also ordentlich. Und der war so im League of Legends-Bereich, der Platzhirsch. Und der hatte 2014 im Januar, glaube ich, bei Freaks for Gaming schon angefangen, festangestellt, weil die damals ein Produkt aufbauen wollten. Die haben viele Produkte, viele so Gaming-Produkte gemacht für Communities. Zum Beispiel My Starcraft, Mana Flask war so ein WoW-Produkt, und Join Dota war ja auch, also genannten Produkt, auch international sehr relevant. Und ich glaube, es gab sogar ein LoW-Produkt von Freaks für international, was aber gefloppt ist. Und die wollten dann, hier 99 Damage auch, und die wollten damals ein solches Produkt oder sagen wir Community Hub mit Website und allem und Foren, wollten die für die deutsche League of Legends-Szene aufbauen. Und da haben die dann Maxim angestellt, weil der damals schon hobbymäßig so kommentiert hat, Viewer-Matches oder so, auf YouTube. Und den haben die unter die Fittiche genommen. Und Maxim, wenn der dir eine Nachricht geschrieben hat auf YouTube, dann war es am Start. Der hat eine Rund-Mail geschrieben an alle, die einigermaßen relevant waren, also alle, die so 5000 Abos plus hatten. Hat der so eine Rund-YouTube-Mail geschrieben. Ja, Leute, wir haben hier folgendes. Wir wollen jetzt hier mit Riot Games, haben wir hier so eine Test-Lizenz, können deren Sachen übertragen für den deutschen Bereich. Und wir wollen die IEM Katowice übertragen. Und für die Werbeunterbrechung dachten wir, wäre es doch cool für euch, wenn ihr eure Inhalte vorstellen könntet. Also wir sollten für die einfach Werbeclips produzieren for free. Ist wahr, aber sie haben als Gegenleistung Reichweite geboren. Ja, voll. Und war auch damals krass. Also die hatten damals so 5000 Viewer. Das war 2014 fucking huge. Ey, es ist auch heute immer noch fucking huge. Ja, safe. Aber gerade für 2014 war es halt umso... Ja, ja. Und Kutscher und ich haben gesagt, okay, da müssen wir jetzt was richtig krass machen. Und haben das Rentner-Interview, was wir damals schon in der Pipeline hatten, aber noch nicht released hatten, nochmal so eine IEM-Version geschnitten. Also müsst ihr euch vorstellen, damals gab es gar keinen Brand-Guide von der ESL zur IEM oder so. Ich bin einfach auf Google gegangen, hab IEM auch eingegeben, Bildersuche, und hab mir dann so PNGs gezogen, wie das Logo ist oder was wahrscheinlich fünf Jahre alt war schon oder wie so die Farben ungefähr sind und hab dann so Bauchbinden nochmal selber gebaut und so ging das dann live da. Ja, und so sind wir sehr aufgefallen, weil die anderen haben halt irgendwie so Let's Plays gefühlt da recordet für die Werbepause. Und genau, das war jetzt ein Rentner-Interview. Das war ein großartiges Format, die Rentner-Interviews. Genau, haben wir schamlos von Joko und Klaas geklaut. Ist ja okay. Die sind ja auch gut in Shows, also tatsächlich in Ideen. Ja, Kutscher hat gesagt, sowas müssen wir auch machen. Die sind irgendwie damals rausgegangen, haben Rentner gefragt, was besser ist, Playstation 3 oder die Xbox, die damals rauskamen. Ja, und wir haben das mit Loyalpatch News gemacht. Ja, auf jeden Fall, fielen wir so auf und das war eine große Bühne und das war so wirklich dann der Durchbruch. Nicht nur wegen dieser Show, einfach weil ich parallel auch unsere Version des Rentner-Interviews gelauncht habe und das komplett durch die Decke ging. Also nicht nur für damalige Verhältnisse, sondern an sich auch. Und dann wurde ich eingeladen, dort mal zu moderieren, weil die gemerkt haben, okay, Maxim macht die übelste One-Man-Show für so acht Stunden, der kann ja nicht mal pissen gehen, gefühlt. Ja. Und wenn, dann ist Pause. Deswegen brauchten sie so Pausenunterbrechungen. Nicht Pausenunterbrechungen, so eine, ja, so Pausensegelente halt. Genau. Damit der mal auf Klo kann. Der hat alles gemacht und das fiel da wohl auf. Und Hendrik Ruhr, der ja jetzt Co-CEO ist von der E3 Holding, der war damals Produktmanager von diesem angehenden neuen Produkt von Freaksville Gaming. Und der hat mir dann eine Nachricht geschrieben, yo, wir würden gerne das bei uns diesen deutschen Stream verbettern. Wir wollen so eine Analyse-Ecke und da brauchen wir einen Moderator und du bist ja ganz lustig. Die haben einfach nur gesehen, ich bin da auf der Straße mit dem Mike rumgegangen. Es gab sonst nur irgendwelche, also ich ja damals auch, vollblüter Nerds, die einfach nur Let's Plays ballern und League of Legends zocken. Ja, und Hendrik hat sich wohl gedacht damals, Mensch, der sieht halbwegs nach was aus, ist ein bisschen lustig, probieren wir mal. Und dann gab es das nächste Event, das All-Star-Paris-Event, rund um den 1. Mai. Und da war ich so drei Tage dann hier, schön meinen Fernbus gebucht, haben Freaks mir bezahlt. Krass. Das war die Gage. Ja. Und Hotel natürlich. Ach so, gut, da hatte ich... Ja, das war schon in Ordnung. Und dann habe ich moderiert und es war grausig. Also es war schrecklich. Ich habe am Anfang, wir hatten so eine richtig ranzige Couch, so für 50 Euro gefühlt eine Couch. Und ich habe mein komplett erstes Segment, wo ich moderiert habe, so da gesessen. Also mit breiten Beinen. Nee, aber der Arm, nee, genau, der war hier so auf der Lehne. Also den Arm rechts auf der Lehne eingewinkelt und die Beine gespeilt. Der ganze Chat hat sich nur darüber lustig gemacht, wie ich da sitze. Ja, so ein typisches erstes Mal. Erstes Mal aber mit Zuschauern, ich verstehe das. Genau. Und, aber ich wurde dann besser, wie gesagt, es ging über drei Tage. Und als ich dann wieder zu Hause war, dann gab es die Skype-Nachricht von Hendrik. Und ich dachte, yo, wollen wir mal einen Call machen? Und dann bin ich schon zu Kutsche, ey, der will mit mir einen Call machen. Und dann meinte Kutsche, hey, ich komme dafür rum. Ich komme dafür rum. Und dann saß der halt so hinter mir, da in meinem WG-Zimmer. Und ich halt im Call mit Hendrik. Und Hendrik hat mir dann einen Praktikumsplatz bei Freaks angeboten. Und genau, Kutsche, der damals wirklich alles mit mir zusammen gemacht hat. Ich habe den schon auch in der Community, der wurde gememt als der mysteriöse Manager, weil niemand wusste, wie er aussieht. Der hatte auch gar keinen Kanal. Also es ist nicht so wie heute. Der war einfach nur irgendein Dude, den ich halt da kennengelernt habe. Und ja, Hendrik hat mir diesen Praktikumsplatz angeboten. Und dann, ich habe mich auch generell immer gemutet, habe gerne gesagt, ich muss auf Klo oder so, oder kurz Tür oder so. Und dann habe ich mich immer gemutet und mit Kutsche so kurz diskutiert, was ich sagen soll. Jugo, ich muss dir vorstellen, wir waren beide so 20, 21. Ja, und Kutsche meinte dann, ja, was ist mit mir? Was ist mit mir? Und dann meinte ich so, ich handel da was raus, ich handel da was raus. Und dann meinte ich zu Hendrik, ja, ich brauche noch einen Praktikumsplatz. Habt ihr irgendwas noch? Und dann hat Kutsche so einen ass random Praktikumsplatz bekommen, in der PR-Abteilung bei Freaks. Die haben halt damals so für Hardware-Hersteller und so die PR gemacht. Und ja, dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind da einfach hingezogen. Also auch komplett abgebrüht, hatten beide keinen Bock mehr auf den Studiengang. Wir haben damals Wirtschaftsinformatik an der TU in Braunschweig studiert und hatten tatsächlich eh geplant zu wechseln. Wir wollten Medieninformatik im Harz studieren. Okay. Ja. Genau, wir wollten das zu dritt machen mit Papo. Ja, und wir sind aber nach Berlin gezogen, Spandau, bei Berlin. Ja, alles gut. Das habe ich dann alles gelernt, was das auch bedeutet. Und ja, so fing das dann an. Ja, und dann ganz relativ schnell, also was heißt relativ schnell, aber dann kam die Content-Creator-Karriere, gerade vorwiegend auf YouTube. Ja, wobei, ich habe ja noch mal eine Ausbildung probiert bei Freaks. Ach, hast du noch? Ja. Du musst dir das so vorstellen, ich bin so im, ich glaube, Juli oder August, ich glaube, August bin ich nach, 2014 nach Spandau gezogen und dann schon sehr bald, das Praktikum lief drei Monate und dann musste man ja irgendwas anderes mit mir machen. Und dann war halt so der nächstlogische Schritt, weil das ging bei Freaks, die hatten Ausbilder, ob ich eine Ausbildung einfach mache. Und das hat dann auch meine Eltern ein bisschen beruhigt. Also jetzt nicht beruhigt, beruhigt. Mein Vater hat, ich hatte andauernd Telefonate, mit meinem, was heißt andauern? Also einmal, als ich ihm erklärt habe, ich ziehe nach Berlin, war er so, hä, warum brichst du Studium ab und machst du nichts? Und dann war aber so, naja, ich mache erst mal ein Praktikum, das ist ja so, das ist ja okay. So, ne, neu orientieren und dann nächster Studiengang. Aber als ich ihm dann gesagt habe, ich mache eine Ausbildung, war er halt so, Dicker, was? Ich habe 13 Jahre deine Schule bezahlt und du hast Abi, warum machst du jetzt eine Ausbildung? Also so typisch Deutsch, sage ich mal, oder so, was die Gesellschaft auch erwartet, sage ich mal. Und dann habe ich eine Ausbildung gestartet zum Medienkaufmann. Und das war in Neukölln dann, eine Berufsschule. Und das war für mich der pure Horror. Weil erst mal, ich habe ja damals krass gepumpt, so was Content angeht. Und ich habe 2014 dann, ich bin dann sehr schnell von irgendwie 1000 Abos auf 100.000 geklettert in dem Jahr noch. Habe zwei Videos pro Tag gereleased, teilweise auch geschnitten. Alles selber gemacht, nicht mehr so wie heute. Und dann natürlich noch die E-Sport-Übertragung da mitgemacht und moderiert, zwei-, dreimal die Woche. Also es war schon ordentlich, ich habe das gelebt und geatmet. Es gab keine Freizeit, aber das war halt okay. Man war Anfang 20 und ich war da eh neu und hatte keine Freunde jetzt in Spandau schon. Und das war in Ordnung. Und mit der Ausbildung hat sich das dann intensiviert, weil ich musste halt früh aufstehen auf einmal, um sechs, dann nach Neukölln brettern, schön mit den Öffis. Dann da bis zwei, drei Uhr mittags Schulbank drücken. Schulbank drücken, das war für mich der Horror. Ich dachte auf einmal so, warum bin ich jetzt wieder hier gelandet? So, ich war froh, dass ich da raus war. Und dann zurückfahren nach Spandau und ab 16 Uhr alles machen, bis drei Uhr nachts. Und dann wieder um sechs Uhr aufstehen. Und das habe ich so zwei Monate, glaube ich, durchgehalten. Und dann habe ich gesagt, ich breche das ab. So, es hat sich nicht gut angefühlt. Ich habe das quasi nur gemacht, weil ich den gesellschaftlichen Druck und den Druck von meinem Vater verspürt habe. Aber es ist auch alles in Ordnung. Also ich bin da nicht böse oder so. Ich verstehe auch, woher das kommt. Und habe dann aber auch für mich entschieden, das ist es nicht. Und ich will lieber die Welle auf YouTube so weiter voll Fokus reiten. Aber ja, es gab noch mal diesen Versuch. Ich habe nichts. Ich sitze hier und habe weder studiert noch eine Ausbildung. Ja, aber wir haben beide Abitur. Richtig. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Studiengänge angefangen. also geht. Ja, krass. Krass. Ja, ich glaube, wir sind auch eine weirte Generation, was das angeht. Ich glaube, die Millennials mit dieser Übergangszeit zu Internet und Smartphones und neuen Medien generell. Ja. Und was dann auch für neue Möglichkeiten kam. ich sage immer wieder auch das, was damals so auf YouTube, aber dann auch bei Freaks for Gaming im E-Sport und so, das war halt alles Pioniersarbeit, weil damit konntest du gar nicht, du konntest das eigentlich nicht professionell machen, also damit dein Brot verdienen, wenn du nicht bereit warst zu zaffern. Also die Kohle, die man dafür damals auch bekommen hat, auch als Angestellter oder so, das ja, war das absolute Minimum und das war Pioniersarbeit, nur weil Leute da waren, die dazu bereit waren, diesen Traum zu leben und darauf so Bock hatten, generell Gaming-Industrie damals, was Unterhaltung angeht, aber dann auch E-Sport in Deutschland das war 2013, 14 absolute Pioniersarbeit, ne. Also ich habe da viele alte KollegInnen bei Freaks for Gaming, wir haben echt Blut geschwitzt und Scheiße gefressen jeden Tag so, für dann quasi Mindestlohn, also schon, war schon heftig. Was damals nicht zu vergleichen war mit heute. Ja. Ich finde das ja selber, also jetzt auch nur, wenn ich zurückdenke an meiner Anstellungsverhältnisse und wie hoch man Pokern beziehungsweise auch verhandeln musste, um so ein Geld zu verdienen ein bisschen und ich glaube, heutzutage gibt es keinen Angestellten, den ich einstelle, nur das Grundgehalt ist schon das Doppelte von dem, was ich damals bekommen habe, was hochverhandelt ist. Es war aber auch an sich ein bisschen günstiger, würde ich jetzt sagen, die Welt, aber nicht so viel günstiger. Nee, nicht im Verhältnis. Also man musste sich schon gefühlt härter durchschlagen, glaube ich. Also zumindest so in dem, was ich wahrnehme. Aber ja. Ja, aber es kommt ja auch drauf an. Ich glaube, es gibt noch genug Arbeitgeber, die immer noch ausbeutend unterwegs sind. Du, die Praktikanten hier bei, also wir hatten eine Praktikantin im Team, hier in Team Hop bei Instinct 3, die hat halt genauso viel verdient wie eine Junior-Personalie. also das ist allein das so, hä? Man konnte früher jetzt richtig froh sein, wenn man bei einem Praktikumsplatz Geld verdient hat. Ja, und das war, da war es 400 Euro im Monat. Genau, 300, 400 Euro war es schon krass dabei. Ja. Ja, naja. Aber wir sind alt. Aber ist auch gut, dass sich das geändert hat. Nein, ich bin auch, ich bin auch wirklich total froh und ich bin auch umgekehrt froh, dass ich als Arbeitgeber die Möglichkeit habe, das genau andersrum zu machen und zu sagen. Besser vorzuleben, ja. Definitiv. Aber trotzdem, dann ging es los und dann hat ja Freaks, also das ist jetzt, korrigier mich, aber auch irgendwie ein bisschen basierend auf dir ein richtiges Influencer, einen richtigen Influencer-Arm gegründet. Ja, ich glaube, das war sehr verwirrend für die Leute damals, weil viele dachten auch immer, dass Freaks for Your Gaming ein YouTube-Netzwerk war, aber waren die nie. Das ist einfach etwas sehr Spezielles. So, Freaks for Your Gaming war und ist eine Gaming-Agentur, eine 360-Grad-Gaming-Agentur, das heißt, die bilden alles ab, von Online-Artikeln über Events und wirklich Bühnenbau zu irgendwelchen Produkten, wie ich eben schon erklärt habe, die machen alles mögliche im Gaming-Bereich. Die machen PR für Hardware-Hersteller, so, also, die machen wirklich alles. Dementsprechend gibt es da natürlich viele, viele, viele Abteilungen und auch zu meiner Zeit, als ich da hinkam, ich glaube, ich war der 28. Mitarbeiter oder so, also war schon groß der Laden für Gaming-Verhältnisse, heute haben die ja über 300 oder so und mehrere Standorte auf der Welt, aber auf jeden Fall das, was glaube ich öffentlich repräsentativ war, war halt das, was ich dargestellt habe auf YouTube und Maxim auch natürlich und dann später auch und Sola und Johnny, Mori und so weiter und weil wir haben ja, es war so ein bisschen wie Rocket Beans, nur gefühlt noch einen Tucken näher, weil das waren halt wirklich nur wir drei bis dann acht Leute und hatten dann auch unseren Raum und haben halt alles auch gefilmt und die ganze Zeit auch untereinander auf den Kanälen miteinander interagiert und ich glaube, sehr transparent, da unseren Lebensalltag den Leuten gezeigt, ob das jetzt auf YouTube oder auf Twitch war und ich glaube, das haben dann alle immer mit Freaks for Gaming in Verbindung gebracht, so was wir halt gemacht haben, weil mehr gab es auch zu Freaks for Gaming bei B2C nicht. Ja, überhaupt nicht. Also B2B sah das natürlich ganz, ganz anders aus, da war Freaks halt neben der ESL mit der größten Player so in Deutschland, was Gaming und E-Sport anging, aber ja und genau also aus Summoners, also wir haben dann Summoners India gegründet, so hieß dann dieses League of Legends Produkt und sind damit krass gewachsen, Maxim und ich haben das durchgepeitscht, wir sind ja auch krass auf YouTube gewachsen und es war damals auch unser USP, dass wir auf der einen Seite diese typischen Gaming YouTuber waren, aber auf der anderen Seite halt auch wirklich dann fernabdessen eine E-Sport-Übertragung gemacht haben für Riot Games, also dann wirklich auch die deutschen Vertreter wurden, das gibt es ja gar nicht so in der Form und wir haben das auch verbunden wie kein anderer, also wir haben dann jedes Mal, wenn wir die damals EU-LCS oder NA-LCS übertragen haben, haben wir auf unseren Hauptkanälen auf YouTube, damals hatten wir nur einen Kanal jeweils, ein Video hochgeladen, so ein 3-Minuten-Video, wo wir einfach nur rumhaben, und sagen, ja komm vorbei und dann haben wir uns angespuckt und angeleckt oder so und dann war das Video zu Ende und dann ging die E-Sport-Übertragung los und wenn wir fertig waren mit der E-Sport-Übertragung, haben wir noch einfach so weitergezockt im Livestream, also dann so mit fließendem Übergang und ja, dann haben wir das Jackett abgelegt, so nach dem Motto, aber auch innerlich so und ich glaube, das hat es krass ausgemacht und wir sind sehr gewachsen und dann wollten wir natürlich mehr abdecken, wir wollten nicht nur EU-LCS, sondern dann auch NA oder die chinesische Liga, die koreanische Liga, also brauchten wir mehr Leute und dann haben wir nach Leuten Ausschau gehalten und das wurden dann ein Solar, ein Johnny, ein Mori, StarCraft 2 ist damals am Sterben gewesen, Mori ist eine absolute MyStarCraft-Legende, der hat schon im Radio E-Sport kommentiert, den haben wir dann quasi rübergeholt zu League of Legends und dann gab es noch ein paar andere, so Leute wie Eis ohne Waffel, Kutscher war dann auch viel dabei, ich erinnere mich noch, damals so Tim Guhlke, Alexander Feuerstein, die waren nicht so vor der Kamera, aber hinter der Kamera haben die sich dann um alles gekümmert und wurden auch viel so. Alexander kam ja dann auch noch nach vorne, ne, zwischenzeitlich. Genau, also die sind immer wieder so aufgetaucht, so, man kannte die aus der Community, so, der Niklas Kolotz macht ja jetzt Wissens-Tik-Toks. Und zwar sehr erfolgreich. Ultra erfolgreich. Auch das Buhlke Großart, also wirklich hat er, fand ich super spannend, auch den Werdegang, also insgesamt den Werdegang. Den musst du ja auch immer einladen. Ja, tatsächlich, von Freaks über, ich bereise die Welt bis zu, ich bin hier. Battle Rapper, Stand-Up-Comedian, so krass. Alles, es ist so krass, wirklich. Und das war damals auch, ich erinnere mich, also er war ja vor, bevor er bei uns war, war er ja bei Giga und davor bei den Rocket Beans. Also der hat ja wirklich alles durch und der hatte damals bei uns schon einen krassen Struggle, was er auf seinen Kanälen machen soll. So, du hast ihm einfach jeden Tag angemerkt, der hat Hummeln im Hintern, aber halt auch tausend, also der hat tausend Sachen vor, der war wie so ein Fähnchen im Wind und den konntest du auch nicht in eine Bahn lenken oder so, der ist immer wieder ausgebrochen und ich finde es sehr cool, wie er sich jetzt entwickelt hat und dass er da anscheinend sowas für sich gefunden hat. Mega, ja. Der war damals halt auch da, dann Kalle ist irgendwann dazugekommen, Malterner tiefer zwischenzeitlich mal da, als der, als das bei Broken Thumbs TV, vielleicht erinnern sich nur Leute, die haben so Minecraft gemacht, sag ich mal. Als das auseinander ging, kam der auch eine Zeit lang vorbei, also hier Dekalent, wissen auch viele nicht, Dekalent ist jetzt Meinungsstreamer, sag ich mal, im linkspolitischen Bereich, würde ich sagen und der war damals, der war damals dann auch bei uns Kommentator für die NA-LCS. Also viele Leute waren Teil von Summoners Inn, wo man heute es tatsächlich gar nicht mehr sich denken würde und genau, wie du sagst, wir sind da sehr gewachsen mit dem Produkt und irgendwann, dadurch, dass wir alle irgendwie auch so gefördert und aufgebaut haben, die sollten alle YouTube machen, nicht nur für die E-Sport-Übertragung, Maxime und ich haben da alle immer gepusht, weil wir es halt selber so sehr geliebt haben und Da war die professionelle Umgebung aber auch eine große Hilfe, oder? Also, was heißt professionelle Umgebung, die kam halt rein und das war glaube ich auch sehr besonders alle festangestellt oder größtenteils und wir hatten dann auch unsere Räumlichkeiten und alle hatten ihren Arbeitsplatz und wir haben uns abgewechselt für die Studios und genau, dann, ich glaube, das war erstmal so, also wir waren eigentlich wie so ein kleines Unternehmen innerhalb von einem Unternehmen, wir waren total isoliert, konnten machen, was wir wollten, war mega cool, aber dementsprechend war es glaube ich so semi-professionalisiert, gerade Hendrik, der das geleitet hat, ist ja auch eher so ein Typ, der auch eher tendenziell kreativ-chaotisch ist und viel so mit Leuten quatschen kann, aber jetzt nicht der überstrukturierteste Mensch ist und dann auf die Finanzen des Todes achtet oder was weiß ich, tendenziell und, aber als wir dann da alle saßen und so viele wurden, musste es halt professionalisiert werden und das war der Grund und jetzt antworte ich endlich mal auf deine Frage, weshalb Freaks World Gaming gesagt hat, okay, wir müssen hier den Leuten mal unter die Arme greifen, wir machen einen Influencer-Department auf, also quasi Management und das hat dann Hendrik eröffnet und dann hat Franz Steckert, der arbeitet jetzt bei Riot Games, der hat dann, sagen wir mal, das übernommen und der ist halt eher auch vom Arbeitstyp her ein sehr strukturierter Mensch, hat da viel Strukturen und Prozesse eingeführt, für viele auch, die jetzt zum Beispiel nicht dann auf YouTube viel waren oder da auch nicht des Todes erfolgreich waren oder so, dann musste man ja immer einzelne Cases schaffen, für wen macht welches finanzielle Modul irgendwie da dann Sinn oder welches Angestelltenverhältnis und das hat er alles halt gedraftet und gemacht und parallel hat Hendrik halt diesen Influencer-Management-Bereich aufgebaut, hat da Leute akquiriert, viele Leute, die jetzt auch woanders in der Szene sind, zum Beispiel Alexander Papa Michael, der ist halt jetzt der Manager von Trimax seit Jahren, der hat da seine Anfänge gehabt oder eine Stefanie Bayer, die war vorher, die war jetzt bei Twitch lange und ist jetzt glaube ich auch zu Riot Games gewechselt, also Lena Niesen war doch auch da. Lena Niesen war auch Artist-Managerin bei Freaks, die hat jetzt sich selbstständig gemacht und managt da Leute wie unter anderem Papa Platte und ist da Geschäftsführerin. Also auch da einige Ursprünge. Total. Aber Henning kam doch auch. Henning war schon lange bei Freaks, aber in anderen Departments. Der hat immer, ich habe erklärt, Freaks for Gaming hat alles mögliche gemacht. Henning war Social Media Manager. Freaks hatte so ein Department, ich weiß noch, wo ich damals dazugestoßen bin, da saßen vier Leute drin, ein Engländer, ein Franzose, Henning und die Chefin. Das war immer so ein witziger Raum und der hat so das Social Media Game für unter anderem AOC gemacht, so ein Monitorhersteller oder so. Das hat Henning hat die Tweets geschrieben. Das ist schon sehr witzig und der wurde dann rübergeholt ins Artist Management, weil wir brauchten Leute, die findest du jetzt auch nicht an Universitäten, die ihre Abschlüsse da machen für Influencer Management, gibt es ja nicht. Ergo muss man einfach gucken, wer passt da rein, wer hat Interesse an dem Bereich, wer passt vom Skillset da rein. Ja und Henning war damals halt, der hatte, glaube ich, gar nicht so sehr Bock, Tweets für AOC zu schreiben und hatte eigentlich eher Bock, der wollte zum Beispiel sehr lange bei Freaks so ein Hearthstone-Produkt auch machen und da irgendwie hat das immer versucht, hier mit Angelo auch, glaube ich, in die Wege zu leiten und der hatte immer Bock auch auf Influencer und Twitch hat er auch viel geguckt und auch eSport und hat dafür gebrannt und ich habe mich damals auch sehr gut mit ihm verstanden, war halt einfach ein Arbeitskollege und er hat testweise mal und das war, glaube ich, auch mit euch auf einer der ersten Dreamhacks in Leipzig gab es das Tournament 2 das war damals so ein Hearthstone Fun-Turnier und da war auch zum Beispiel LeFloid dabei und Frodo ich weiß nicht, ob du auch da warst ich glaube, ihr hattet damals noch auf jeden Fall nicht die Konstellation bei Dr. Freud wie heute aber du warst ja trotzdem viel am Start so in der ich sag mal 301 Plus Bubble damals auch so ein bisschen und der musste einspringen weil irgendjemand das nicht vor Ort regeln konnte und dann hat Henning quasi da die Koordination übernommen vor Ort bei der Bühne die Bühne hat damals Take gemacht weiß ich noch hat er die Koordination gemacht für die für die ganzen Influencer und da fiel er so auf dass der ja anscheinend da affin für ist oder da sich auskennen auch einen Bock hat ja und der wurde dann mein Manager der für mich zuständig war darf ich kurz fragen wie war denn das Vergütungsmodell damals falls du darüber reden darfst ja also ich hatte für mich jetzt ich hatte einen festangestellten Vertrag bei Freaks und nachdem dann also Praktikum ist ja klar Ausbildung ist klar so dann waren aber meine Kanäle krass gewachsen haben auch echt Einnahmen gemacht die allerersten Placements standen an für so 500 Euro oder so und dann musste man sich langsam Gedanken machen okay wie vergütet man denn das genau und wir haben quasi ein Konzept ich würde sagen erfunden weil zum Beispiel hier bei Instinct führen wir das jetzt auch teilweise weiter wie es möglich dann ist Influencer festangestellt unter Vertrag zu haben weil ich meine die haben ja alle Kanäle die alle ja unterschiedliche Geldströme dann beinhalten und wie willst du das fair vergüten ja flexibel halt so und das haben wir damals gelöst über einen Bonusvertrag das heißt ich hatte Festgehalt das war absolut bare Minimum so ich glaube netto 1,5 waren das dann so dass ich mir Miete und alles leisten konnte und quasi wenn ich über diese 1,5 hinaus Umsatz gemacht habe mit meinen Kanälen oder Gewinn dann wurde das flexibel vergütet durch einen Bonusvertrag und in diesem Bonusvertrag war dann wirklich jede einzelne Einnahmequelle aufgelistet und wie dann die Shares sind zwischen Freaks und meiner Wenigkeit je nachdem wer wie viel Arbeit daran hat ja genau krass also kompliziert aber auch fair oder wirst du jetzt okay absolut also da muss ich wirklich sagen meine Freakside damals Michael Hänisch ist ja der Geschäftsführer heute noch alles immer sehr fair und auf Augenhöhe also ich hatte glaube ich das Glück dass ich irgendwie von Anfang an da schon verhandelt habe ich glaube viele Leute sind da natürlich erst mal die Anfang 20 sind und dann auf einmal da mit dem Geschäftsführer reden müssen und da irgendwie Kanäle haben die abgehen und Umsätze machen und so die sind dann glaube ich erst mal zurückhaltend eingeschüchtert vielleicht auch von der Situation überfordert I don't know in meiner ersten Gehaltsverhandlung hat mir der Geschäftsführer mehr mehr angeboten als ich vorgeschlagen habe ja aber ich muss dir auch vorstellen es gab ja damals kein Konzept also es gab ja kein Vertragsmodell an das man sich orientiert hat sondern wir haben das dann erfunden und allein dass das ich da drangeblieben bin aber auch Michael Hänisch wirklich da vieles auch vorgeschlagen hat und auch mit damals dem Steuerberatungsbüro von Freaksville Gaming auch viel so mit gedraftet hat was möglich ist und so bin ich sehr sehr dankbar war sehr fair sehr auf Augenhöhe ich glaube man hätte mich da mehr ausnutzen können oder so aber ich glaube auch Michael hat damals verstanden so würde ihm ja gar nichts bringen weil früher oder später wäre ich dann unzufrieden ja und dann lief das so und war eine sehr sehr gute Zeit muss ich sagen also Freaksville Gaming wirklich krasse Zeit so die typische Sturm und Drang Zeit für mich so mit dem Durchbruch und so Rookie gewesen zu sein und diese diese wilde Story auch ich saß einfach nur in Braunschweig habe bei Magis gearbeitet und wollte studieren und wollte gerade mit YouTube aufhören into Umzug nach Berlin und dann das alles und alles auch wild und es gab quasi nicht so richtig Leitplanken war schon ein krasses Abenteuer und ich habe dann euch ja auch parallel alle kennengelernt in Berlin das war ja auch für mich super aufregend so auf einmal war ich auf irgendwelchen Influencer Partys und Netzwerke wollten und keine Ahnung und ich wurde viel eingeladen ich glaube das war damals auch noch oder die kam dann sehr schnell die Zeit von 1080 Nerdscope zum Beispiel da war ich ein paar Mal und generell ich bin ja eigentlich auch vom Typ Mensch sehr outgoing und habe da auch sehr viel Spaß dran so mit Leuten Leute kennenzulernen mit Leuten zu reden und so weiter ja geht mir ähnlich aber dann gehen wir die ganze Geschichte durch du hast das also ich kürze es jetzt einfach ein bisschen weil dann war deine Karriere als Content Creator bei Freaks for You dann kam aber der nächste große Schritt Henrik Henning und du yes wir genau wir wollten damals spezifischer werden in Bezug auf die ganze Influencer das Influencer Business wie ich vorhin meinte so Freaks für Gaming ist eine 360 Grad Agentur mit 1000 Bereichen also waren wir nie Full Focus Prio Nummer 1 im Unternehmen so die müssen sich um alles mögliche kümmern das Tagesgeschäft bei Freaks ist ja krass vielschichtig und abwechslungsreich und klar du warst dann abhängig mit deiner Abteilung auch vom Unternehmen selbstverständlich so ist ja normal wir wollten aber unbedingt mehr und waren unruhig und hatten eine Vision die wir da dann bedingt nur umsetzen konnten und dann haben wir gesagt okay wir gründen uns aus und haben mit Micha darüber gesprochen das ging auch im guten Auseinander auch wenn es natürlich eine sehr angespannte Situation war weil selbstverständlich wir waren da Erfolgsgaranten sag ich mal wir haben da in den letzten vier Jahren dann ja super viel aufgebaut auch und neue Bereiche geschaffen da war das natürlich für Freaks Kacke so ist ja klar aber auf der anderen Seite hat man halt auch verstanden dass man uns jetzt da nicht krass bremsen sollte oder irgendwie da Steine in den Weg legen sollte und dann haben wir so ein typisches Startup also richtig Startup mäßig da warst du auch zu Besuch auf einer Insel in Spandau oder einem Werder ist das da haben wir so ein Loft Depot in einem Loft Depot unser Büro gehabt es war ein großer Raum in der offenen Küche da saßen wir dann zu dritt zu viert Adrian Weise ist ja mitgekommen und nebenan gab es einen Raum wo ich aufgenommen habe so das war es und so haben wir angefangen wir haben dann extern noch ein paar Leute gemanagt Nebel Niek Stegi Gamer Brother und Keller also Steini der war jetzt auch beim Pete Smith Event und so sind wir da reingestartet als Management und das war ja auch eine Zeit wo langsam die Netzwerke die waren ja eigentlich zu dieser Zeit oder dann früher noch in alten Tagen die Managements so früher waren YouTube Netzwerke das was heute unter anderem Management sind YouTube Netzwerke gibt es ja immer noch aber die haben diesen ganzen Bereich Influencer nah zu betreuen eigentlich mehr oder weniger aufgegeben weil sich einfach alle selbstständig gemacht haben ja war ist aber auch jetzt nicht bei allen aber ist ja auch bei vielen viel ich nenne es jetzt zumindest mal in der in der westlichen Welt kann man es Ausbeutung nennen passiert ja da ist ja sehr sehr viel schief gelaufen also ich habe ja selber auch mitgekriegt gerade an der Anfangszeit wo ich noch in der Filmbranche war und auch Influencer halt bezahlt habe wie ich später erfahren habe dass die ein Zehntel von dem Geld bekommen haben was ich überwiesen habe ja es gab viele YouTube Netzwerke die wirklich intransparent waren und auch ja einfach den Kunden gesagt haben wir wollen Summe X sonst ist der Influencer nicht dabei und dem Influencer aber gesagt haben hier du kriegst halt Summe Y und das war dann halt viel viel weniger das war so die gängigste Methode wo Influencer verarscht wurden ja voll aber es gab auch also die YouTube Netzwerke waren nicht alle so vor allem die Big Player also da gab es ja einige große große Netzwerke die haben sich auch teilweise abgelöst es gab auch einzelne Menschen die tatsächlich die die Branche noch so ausgenutzt haben in ihren Anfängen und so also das war richtig wilder Westen damals ja safe aber wir haben uns dann selbstständig gemacht ein eigenes Management und war auch ein holpriger Start weil wir wir haben die eben genannten externen Influencer überhaupt nicht gut gemanagt also gar nicht gut und haben also ich glaube es lag daran wir sind zu sehr dann an die Sache herangegangen dass das Hand of Bloods auch wären weißt du also bei was ich damit sagen will bei Freaks World Gaming gab es ja Maxime und mich wir waren so vom Arbeitstyp sehr ähnlich aber ich glaube auch sehr atypisch für Influencer per se also weil wir haben einfach diese Festanstellung gelebt und für uns war arbeitsmoralisch dies und jenes komplett klar und ja hatten einfach eine spezielle Herangehensweise und immer wenn wir Leute dazugeholt haben bei Freaks haben wir die halt auch so erzogen quasi das war dann der gleiche Modus und deswegen das war ein bisschen trügerisch glaube ich haben wir dann bei Instinct 3 bei unseren ersten Leuten die wir unter Vertrag haben gar nicht begreifen können wie den Influencer dann aber anders ticken können oder was anderes auch wollen oder andere Needs haben weil die eine andere Situation im Leben haben was ja total nachvollziehbar ist wenn man mal einen Schritt zurück geht und sich das makroskopisch anschaut aber damit sind wir krass auf die Fresse gefallen wobei was heißt krass auf die Fresse gefallen aber die waren nicht glücklich bei uns ab einem gewissen Punkt wir hatten dann noch Alexi Bex die mal unter Vertrag oder Afrostel damals der Name dir noch was sagt klar der Mann mit der Fliege ja und haben dann viel gelernt in den ersten im ersten Jahr würde ich sagen aber was halt was die Lage entspannt hat war die Tatsache dass man halt mich hatte also eigentlich jetzt mal ganz ernsthaft war es so als wäre es ein Management was für dich gebaut worden ist und so da ging auch der Hauptfokus drauf also wir haben dann wie ich eben meinte Adrian Weises mitgekommen das war damals mein Cutter und wir haben dann meine Kanäle nach und nach aufgebaut ich habe dann auch einen Zweitkanal gegründet und dann haben wir noch einen Cutter geholt sodass sie zu zweit geschnitten haben wir haben den Output erhöht ich habe auch gestreamt ja nebenbei genau und haben quasi dieses Produkt Hand of Blood Slow and Steady aufgebaut so so und über die Jahre haben wir da dann mehr und mehr Leute angestellt auch neue Manager innen und Tim kam auch Tim kam auch genau der war vorher bei Second Wave also er war erst bei Freaks das war das Insight dann ist er vorher schon bevor wir Instinct 3 gegründet haben zu Second Wave gewechselt er hat dann fertig studiert und als wir dann gegründet haben ist er so ein bisschen verspätet uns gejoint genau und dann irgendwann war so der Moment da wo wir uns mal fragen mussten okay aber was ist jetzt die Zukunft von Instinct 3 weil wenn ich morgen vom Bus überfahren werde dann ist ja alles aus so für alle Beteiligten ist es das so und gerade Johannes Gotzel der kam dann auch noch dazu ist auch heute Co-Geschäftsführer der hat angefangen sehr viel zu hinterfragen bei uns so bevor Johannes kam waren wir einfach so drei chaotische Dudes Hendrik Henning und ich und haben so sehr nach Bauchgefühl auch Dinge gemacht und gehandhabt aber dann halt auch nicht begriffen und mit Johannes Gotzel haben wir dann der hat sehr viel hinterfragt und gechallenged und ja dann haben wir den Entschluss gefasst wachsen zu wollen also bis dahin war das sehr überschaubar und mäßig wir waren immer noch eine super kleine Bude und dann war aber der Call okay wir wollen wachsen was brauchen wir dafür wie gehen wir das an und dann kam der Entschluss okay wir bauen uns hier ein Büro damals gab es viele Flächen die wir uns angeschaut haben und wir stellen viele Leute an und erweitern unseren unsere Business Zweige also nicht nur Hand of Blood Produkt und Vermarkten und die Ad Revenues sondern wir sind dann auch eine Kreativagentur geworden das heißt auch unabhängig von mir haben wir dann beispielsweise für Activision damals die Launch Kampagne zu dem damaligen Call of Duty quasi kreativ gestaltet vorgeschlagen Pitch gewonnen und dann umgesetzt mit allen möglichen Influencern aus allen möglichen Managements sowas haben wir dann halt abseits von mir gemacht auch die Google Play Kampagne habt ihr genau ja Red Bull zockt 100 haben wir ein Jahr lang betreut also wir haben da ein paar Aufträge bekommen und unser Büro während das gebaut wurde waren wir in so einer Übergangsfläche und dann kam Corona und Corona war für uns Fluch und Segen weil auf der einen Seite ist die Branche geboomt so und wir konnten viele Leute einstellen ohne ihnen Arbeitsplatz bieten zu müssen weil alle waren ja im Homeoffice während unser Büro gebaut wurde aber das Büro wurde halt auch crazy delayed also es gab dann natürlich noch eine Wertstoff Mangel Krise auf der Welt also auf einmal hat eine Tür die du normalerweise nach zwei drei Tagen geliefert bekommst hat dann drei Wochen gedauert bei der Lieferung das dreifache gekostet ja ich glaube viele Leute die in der Zeit vielleicht auch irgendwas gebaut haben Haus oder so oder irgendwas da mitbekommen haben in dem Sektor wissen da ist viel abgegangen ja ja und dann kam auch bald der Angriffskrieg auf die Ukraine es hat sich natürlich auch krass ausgewirkt auf viele Märkte ja und so ist dann auch die Rechnung nicht mehr ganz aufgegangen wir hatten das Büro ursprünglich angesetzt die Baukosten für 800.000 Euro und das ist dann im Laufe der Corona Pandemie und des Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine auf zweieinhalb Millionen gewachsen und halt auch von einem Jahr Bau auf ich glaube drei ja großartig und das war komplette Hundescheiße natürlich finanziell eine riesige Drucksituation gleichzeitig waren wir im Wachstum da willst du eigentlich genau sowas vermeiden ja dann willst du erst mal gucken dass man so die Wachstumsstreifen geklärt kriegt und Prozesse dann langsam wieder schafft ja das kam dann alles auf einmal und Corona Pandemie war ja auch eh zwischenmenschlich eine herausfordernde Zeit auch mental für jeden einzelnen für die einen mehr für die anderen weniger das kam alles aufeinander und das war schon sehr tough und aber wir haben das irgendwie gewuppt und sind aber immer noch so ein bisschen damit beschäftigt so die Nachwehen zu bereinigen also man merkt das immer noch aber sind sehr sehr guter dinge aber dann habt ihr auch noch diesen weiteren schritt gemacht in wir gehen jetzt in eine holding struktur über wir machen hier noch eine werbeagentur wir machen hier noch einen eSports verein und so weiter und so fort also ihr seid ja wirklich also expandiert gefühlt innerhalb eines Augenzwinkerns was aber auch finde ich so wirkt wegen Corona weil diese Corona Zeit einfach ist wie so ein schwarzes Loch und natürlich konnte man da super viel machen weil es war ja trotzdem waren es ja Jahre aber irgendwie wirkten diese Jahre so als wäre es von jetzt auf gleich passiert ja ich glaube weil man auch während der Corona Pandemie ja auch so ich sag mal Bubbles haben ja nicht mehr also haben weniger Kontakt miteinander gehabt und haben eher so beobachtet was andere so machen und ich glaube daher kommt das auch aber ja also wir haben mehrere neue Betriebszweige auch abseits von der Instinct 3 GmbH aufgebaut auch wieder aus dem Grund wir wollen uns unabhängig machen von mir und meinen Kanälen und gleichzeitig das ist so ein bisschen unsere Philosophie als Holding wollen wir halt sehr fähige Leute vernetzen und sich ergänzen lassen auch mit wirklich ganz unterschiedlichen Betriebszwecken und das erleben wir zum Beispiel Eintracht Spandau ein E-Sport Team ist jetzt ein sehr hat einen starken USP dadurch dass da ein E-Sport Team ist was auch eigentlich eher ein Entertainment Produkt ist also es ist ja gar nicht so typisch Verein und wir machen Sport auch aber der Hauptfokus liegt ja darauf dass man Entertainment macht und da ergänzen sich dann auf einmal zwei Unternehmen von uns sehr stark weil eine Instinct 3 als Kreativagentur dann da halt super viel mit Ressourcen auch helfen kann und auch man die Influencer am Start hat die da dabei sein können auch da bist du auch ja treibende Entertainment Kraft das stimmt das stimmt für für die Herangehensweise sich unabhängig machen von mir ist das ein weniger gutes Beispiel nein darauf wollte ich auch gar nicht hinaus sondern ich wollte also was mich tatsächlich interessiert immer noch ist was ich ja zum Beispiel weiß auch du bist ja auch da ein angestellter Content Creator bei deinem eigenen Unternehmen ja also das heißt es ist auch ein ich bin auch hier fest angestellt nur ich habe keinen Bonusvertrag mehr du kriegst einfach ein festes Monatsgehalt egal was du für Umsätze dafür ist im Endeffekt also wir fahren das ja ähnlich bei uns ist es ja auch so dass wir eigentlich viel mehr investieren als also ins Unternehmen anstatt an uns auszahlen ja in den Lambo hier das ist die Mitarbeitenden und Büro das ist der Lambo ja wir sagen auch immer so wir haben keinen Fuhrpark oder so der unser Kapital ist sondern wir haben halt eine Agentur und da sind es die Menschen total also ich habe tatsächlich ich bin sehr sehr froh mit der ganzen Crew hier also mit allen Mitarbeitenden aber ja deswegen finde ich das auch so interessant weil ihr macht ja auch noch so weitere Wege aber es ist von außen betrachtet und deswegen interessiert es mich bist du immer noch wenn ich es mir angucke für mich die Zahlungsquelle des Unternehmens ja aber ich glaube das sind dann vor allem nur die Unternehmen die halt öffentlichkeitswirksam auftreten wir haben ja beispielsweise ein Joint Venture mit Bravado Bravado ist die Merchbude von Universal und mit Bravado haben wir ein Joint Venture das heißt Brave ich würde behaupten haben die wenigsten jetzt davon schon gehört das ist halt ein also ein Joint Venture ein Unternehmen in Gründung wo wir Merchandising machen für Influencer und das ist zum Beispiel etwas das läuft komplett ohne mich klar also auch die Zimt genau das ist quasi eine Kreativagentur eine E-Sport Kreativagentur für den internationalen Markt da ist die Carina Geschäftsleiterin Geschäftsführerin und das läuft auch komplett ohne mich also da werde ich auch nicht mal gebucht so weil ich bin ja nicht international ja klar nein aber deswegen ich meine nur weil es ist und das ist das finde ich total wichtig weil in der Außenwirkung ist es halt ganz oft so dass man dass man dieses Gefühl hat bei uns wissen ja auch zum also jetzt einfach nur so die wenigsten dass wir auch einfach nur bei Events auch mal die Live-Produktion übernehmen ohne dass das jetzt irgendeiner von uns vor der Kamera ist oder Audio-Produktion haben und so weiter und so fort es ist auch total wichtig finde ich aber es ist auch genau also mir macht es auch so total Spaß viel mehr als in die andere Richtung aber trotzdem weiter geht die die Marke Hand of Blood oder das Produkt wie du es die ganze Zeit bei allen einzelnen Punkten benennst ist ja jetzt ähm auch in weitere Rollen geschlüpft wie zum Beispiel bei Eintracht Spandau Präsident Knabe darauf basierend jetzt zum Beispiel auch ein Getränk herausgekommen ja wie lief das denn eigentlich ähm ja das lief sehr sehr witzig also wir haben Eintracht Spandau gegründet vor zwei Jahren und äh damals haben wir natürlich Sponsoren gesucht und unter anderem waren wir damals im Gespräch mit Kronbacher der Kronbacher Brauerei zu denen ja auch unter anderem beispielsweise Dr. Pepper gehört und Dr. Pepper hat damals Eintracht Spandau gesponsort aber die Kronbacher Brauerei ähm die wollten irgendwie dann mehr die haben vorgeschlagen die haben damals Dirty gemacht mit Shireen und die haben äh vorgeschlagen ob man nicht ein Getränk gemeinsam macht und da waren wir so okay ja ja könnte man sich vorstellen so ganz vorsichtig ne man ist dann erstmal ein bisschen okay ja Influencer Produkt war für mich immer ein schwieriges Eisen weil ich finde oft oder häufig Influencer Produkte gerade auch in früheren Tagen glaube ich nicht so gehaltvoll waren und oft eher wie so ein Cash Grab gewirkt haben und das wollte ich halt unbedingt nicht ich meine wie es wahrgenommen wird oder aufgefasst wird da hat man dann nur bedingt Einfluss drauf gerade wenn schon eine gewisse Stereotype dahingehend so in den Köpfen der Leute ist aber dementsprechend waren wir da ein bisschen vorsichtig und ich hatte dann gesagt ja das einzige was ich mir vorstellen kann wäre Malzbier weil Energy und Eistee ist so ein bisschen also auch damals schon so ja fand ich ein bisschen lame auch also ohne jetzt die zu shit talken die das machen aber ich persönlich fand das einfach nicht so spannend plus gab es auch schon und ich habe halt for real mein Leben lang Malzbier getrunken und fand es auch spannend weil das so unterschätzt ist meiner Meinung nach ich finde es auch super lecker und seit 30 Jahren tut sich da ja gar nichts es gibt Karamalz Vitamalz und dann gibt es so ein paar regionale Sachen ein Malz wie ein Baum so und das witzige ist ja Vitamalz ist ja auch von Kronbacher so dementsprechend waren die natürlich so ja okay Malzbier machen wir ja schon und dann haben die so vorgeschlagen ob man nicht so Mixgetränke macht dass man also es war auch schon vor zwei Jahren die Gespräche so ja Malzbier mit Energy wäre das was ich war so ich war so ja nee ja vielleicht irgendwann aufbauend man kann ja rumspielen oder so oder Malzbier mit irgendeinem Citrus Saft keine Ahnung aber erstmal Malzradler okay finde ich ja ich glaube es könnte gehen nee und wurde viel diskutiert und ich fasse das jetzt kurz über die zwei Jahre haben Kronbacher und wir uns auch immer wieder gechallenged weil die Herangehensweise sehr konservativ war von Kronbacher und für uns war das am Anfang nicht so geil weil es unsexy wirkte oder in unseren Augen unsexy wirken würde nach außen wenn ich nicht direkt mit meinem Produkt dem Produkt von Hand of Blood in den Läden bin wenn man das halt nur online kaufen kann oder nur das war zum Beispiel erst der Fall nur eine Palette kaufen kann so 24 Dosen direkt und nicht weniger zum probieren so weißt du und ich fand das sehr ungeil weil in meiner Wahrnehmung ist es so warum gerade so Influencer Produkte gerade Getränke oder eine Pizza oder so so abgehen ist weil wir in unserer Community der Influencer und auf YouTube und Twitch in unseren Online Communities die treffen auf einmal auf die reale Wirklichkeit so also die reale Welt so man geht in Edeka und auf einmal ist da dann Energy von Monte und du denkst ja krass so man hat vielleicht auch so ein bisschen als Jugend Subkultur dann das Gefühl ja wir haben es geschafft so Influencer werden jetzt richtige Businessleute und die reale Welt mit dem Baby Boomern und Co die sehen jetzt sie müssen uns jetzt ernst nehmen oder so und das hatte was Faszinierendes glaube ich wenn man hier in Kiosk oder Späti geht und sich ein Dirty grabben kann und das ausprobiert ey wie schmeckt das denn aber auch und so und daraus so ein ja so eine richtige aufregende Phase wurde rund um den Getränke Launch so und wenn du das halt nicht hast sondern nur online bestellst ist dieser ganze Effekt weg finde ich aber man muss auch sagen rein wirtschaftlich betrachtet ist das natürlich der viel sichere Case weil wenn du das halt überall in Deutschland direkt zum Launch anbieten willst musst du ja überall auch Lagerhallen haben die ganze Logistik dahinter das sind ja riesen Aufwände und wenn es dann floppt ist halt Kacke und wenn du das halt nur online vertreibst das nur in Krombach gebraut wird und von da weg transportiert wird an die Leute dann hast du halt sehr viel weniger Kosten kannst auch erst mal gucken wie läuft's und dann halt Step by Step expandieren und ich glaube Krombach die waren jetzt gerade gegen Ende vielleicht wurden die immer vorsichtiger weil vielleicht auch das ein oder andere Influencer Produkt dieser Art zum Ladenhüter wurde und man vielleicht auch nicht mehr so sehr daran geglaubt hat dass das jetzt wirklich die Zukunft wäre oder so ein nachhaltig guter Case und man hat sich dann darauf geeinigt dass man zwar nur online verkauft aber dann auch ein Sixer sich dafür online bestellen kann mit dem man wenn Leute sich wirklich nur ein Sixer bestellen macht man glaube ich sogar gar keinen Gewinn so weil allein die Transport und die Produktion das ist dann schon lohnt nicht aber man hat sich dann darauf geeinigt so macht man es und man produziert 150.000 Dosen und man hat dann damit gerechnet dass die nach vier Monaten dann abverkauft sind und dann schaut man wie es lief und geht die nächsten Steps also letztendlich passt das auch in meine Brand dass man eher so eine nüchterne nicht so protzige rationalere konservativere Herangehensweise hat und die auch offen kommuniziert ich glaube das passt schon sehr zu meiner Brand anders als wir haben zwei Millionen Dosen und dann gibt es einen fetten Clip wie man da durch die Berge von Dosen fährt so wie Montes gemacht hat und überall jetzt erhältlich und dann kommen die in einen Remover Koffer für die Influencer und was weiß ich also so halt nicht eher gegenteilig ja aber passt natürlich auch zu Monte also es ist ja dann auch ist dann auch so Brand technisch bei ihm passend voll obwohl ich die Remover Koffer schon ein bisschen übertrieben fand aber das ist nur meine Meinung muss ich jetzt bei meinem Steuerberater muss ich darüber reden das ist crazy die sind so obwohl Termina hat den sich direkt gezeckt ja glaube ich ja nö und dann war es halt so dass nach 24 Stunden die 150.000 Dosen weg waren ja und damit hat er keine gerechnet also auch ich wurde dann immer unsicherer ich wurde schon fast so gegastleitet so dass das ob das denn überhaupt erfolgreich wird und man muss auch sagen ne Malzbier naja wenn ich mich jetzt in den letzten Jahren so mal umgehört habe oder wenn ich Malzbier im Restaurant bestellt habe oder mir eins im Supermarkt gekauft habe kein anderer hat sich auch Malzbier dann geholt oder die wenigsten haben sich dann auch so Malzbier bestellt weil sie dachten ach ja könnte ich mal ausprobieren aber es gibt super wenig Leute glaube ich die die halt Malzbier du hast es nicht richtig auf dem Schirm ich bin da voll bei dir ich mache das also tatsächlich meine Frau und ich wir trinken beide total gerne Malzbier eigentlich aber es muss so ein es muss irgend so ein Initiativmoment man konnte nicht so krass drauf weil das auch glaube ich in der Wahrnehmung also ich glaube da gibt es auch nicht so große Werbebudgettöpfe oder also gibt es noch richtig viel so Werbung von Karamalz und Wiedermalz gar nicht ne die stehen auch einfach nur da also du hast ja vollkommen recht da ist nichts passiert keine Bewegung ja und deswegen war man natürlich da auch sehr unsicher weil es gibt einen Grund warum ansonsten ja Eistees und Energies halt rausgebracht werden oder Wasser ja und das ist halt natürlich auch auf Basis von Marktanalyse gehe ich mal von aus aber ja umso glücklicher bin ich wie es jetzt lief jetzt haben wir das Luxusproblem dass die Leute Knabemals wollen aber es nicht da ist doch bei Ebay 60 Euro der Stack bei Ebay der Sixer 60 Euro ja die machen Gewinn wenigstens einer weißt du ja und aber ist natürlich ne ne coole Grundsituation um jetzt auch in Verhandlungen zu gehen mit dem Einzelhandel zum Beispiel oder so ja klar mit den Zahlen du hast ja auch mal Getränke verkauft aber anders ich glaube das weiß gar keiner ja wäre jetzt meine nächste Frage gewesen aber ich will dich jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen um Gottes Willen ich hatte einfach so ein Getränkeautomaten in Unternehmen und dann bin ich selber immer zum Getränkehoffmann gegangen und hab die nachgefüllt und hab auf jede Flasche glaube ich ein Euro oder so drauf gemacht und hab mir dann immer das Kleingeld rausgeholt und das musste man natürlich auch angeben aber war lief ganz gut es gab nur diesen Stress immer wenn wenn was leer war dann wurde man immer direkt angerufen ja klar klar ne das war gut da sind wir jetzt ein bisschen dran vorbeigeschossen aber äh du hattest ja auch noch jetzt wieder einen Wandel von du warst eigentlich Hardcore YouTuber ja und jetzt bist du voll in Streaming gegangen was waren denn da für die Beweggründe ja das war die Frage ja ich weiß ich hab ich hab überlegt ob ich noch was dran hänge aber ich wollte das erstmal beantworten ähm also ich glaube es waren so drei Hauptgründe der erste war dass mir tatsächlich der Arbeitsalltag äh wenig Spaß gemacht hat und mich extrem ausgelaugt hat ähm dieses ne wir haben jetzt seit seit Instinct 3 Gründung auch schon davor aber seit Instinct 3 Gründung richtig mit Augenmaß versuchen wir meine Kanäle und den Output auf YouTube zu optimieren in allen Belangen und dementsprechend auch inhaltlich ich meine ich war ja auch eine richtige oder bin oder war eine richtige Marke auf YouTube so was so Gaming Content angeht in Bezug auf inhaltliche Brillanz oder so also dass man wirklich immer versucht die Extrameile zu gehen nächsten USP auf einer Metaebene nochmal drauf schaut okay können wir da noch eine eröffnen also so MrBeast artig fast schon in Mini an die Sache an die Sache rangeht so einmal die Woche und das war irgendwann ähm so extrem im letzten Jahr dass wir teilweise wirklich so drei Monate dann für ein YouTube Video gearbeitet haben was ne einmal pro Woche kommen YouTube Video und ja auf YouTube gleichzeitig die Entwicklung stattfand dass wirklich es sehr viel eher Hit or Miss wurde also man musste sich dann sehr intensiv mit den Analytics äh auseinandersetzen muss man schon immer sporadisch aber gefühlt durch diese durch auch die neuen Medien mit dem Vertical Content wurde auch die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten immer weniger man muss immer mehr diese Momente kreieren die krass sind ähm und ja das wurde eine richtige Hetzjagd und ich hab dann richtig gemerkt immer wenn ich so vor der Aufnahme saß okay die geht jetzt los das und das ist unser Plan das ist der Input wurde auch immer konzipierter von den RedakteurInnen um mich herum also ich hab dann gar nicht mehr so selbst drin äh gesteckt in den Themen und dann ging die Aufnahme los und es hat so gedraint wirklich war danach so erledigt zwei drei Stunden Aufnahmen und ich war erledigt als ob ich 24 Stunden Stream hinter mir hätte quasi ähm und manchmal merkte ich dann auch dass ich angefangen hab zu prokrastinieren auf Arbeit also wenn ich wenn ich dann in mein Studio geschickt wurde aufnehmen sollte der Plan klar war dann saß ich manchmal davor und war so hab's noch nicht geschafft den Aufnahmebutton zu drücken weil ich unterbewusst gemerkt hab ich bin jetzt noch nicht ready um diese mentale Energie anzusammeln um dann das übliche abzurufen hab ich mir noch einen Kaffee gezogen hab mit Leuten gequatscht und irgendwann war ich dann bereit also fast schon Burnout-artige ähm so die Vorboten sag ich mal ähm und das war der eine Grund äh der zweite Grund war dass ich gemerkt hab auf meinem Zweitkanal Hand of Uncut da hab ich halt einfach nur gezockt und da hab ich selber größtenteils das Programm bestimmt das war echt so wie so mein früherer Kanal Hand of Blood so wie der früher war und das hat mir das waren immer wie so Luftblasen unter Wasser die während des Arbeitstages so anstanden weil ich bin halt sehr fremdbestimmt weil wir so ein großes Team um mich herum gebaut haben ne die Logik dahinter ist meine Ressource ist endlich aber alle Ressourcen drumherum sind theoretisch unendlich also versucht man ne Situation zu schaffen unsere Utopie ist da ich komm nur noch auf Arbeit um vor der Kamera stattzufinden alles andere ist nicht mehr mein Business so das ist die Utopie und ähm dementsprechend waren dann so meine Kalender so strukturiert da waren tausend Meetings zwischendurch unterschiedliche Aufnahmen auch unterschiedliche Arten von Feedback äh von Meetings also Feedback Meeting Gesellschafter Meeting äh Personalgespräch keine Ahnung ähm und dann aber auch immer wieder zwischendurch unterschiedliche Aufnahmen und das hat sehr viel Headspace eingenommen immer dann wieder für den Moment auf zack zu sein präsent zu sein ähm ob es jetzt für eine Aufnahme ist oder für ein Meeting da den richtigen Input zu liefern es hat sehr gedrained und dann so eine Hand of Uncut Aufnahme war wie so eine Luftblase unter Wasser glaube ich dann kurz zur Ruhe gekommen bin und endlich das gemacht habe was ich ja eigentlich machen will ähm und da habe ich gemerkt okay ich will halt einfach zocken man also ich bin ja wirklich ich bin heftiger Gamer also es ist ja auf der Gamescom-Laden haben alle die Zelte abgebrochen um 23 Uhr und ich saß dann noch bis 4 Uhr weil das einfach voll meine DNA ist und wenn ich Feierabend gemacht habe letztes Jahr ich hatte gute Arbeitszeiten also schön 8 Stunden und dann war es auch gut und ich hatte auch immer Wochenende aber es hat halt so gedrained als ob es also ich brauchte gefühlt immer Urlaub ähm ne aber was ich eigentlich sagen wollte schön nach Feierabend gehe ich nach Hause und habe gezockt ja so erstmal erstmal zocken und ähm da habe ich gemerkt ich muss wieder irgendwie dahin finden das macht mich hier kirre ähm und der dritte Grund war ich habe mich sehr zurückgezogen in den letzten 4 Jahren äh äh das hat so 2 Gründe auf der einen denke ich äh der eine Grund war auf jeden Fall Corona es war ein Katalysator für diese Entwicklung für mich und äh der andere Grund war dass ich äh bis vor 4 Jahren noch auf Social Media ich sag mal so von 2017 bis oder 2018 bis 20 habe ich sehr viel rumkrakehlt und ähm Leute angefeindet die in meiner Vorstellung moralisch verwerfliche Dinge getan haben äh weil ich habe von 2018 bis 20 ungefähr schon eine Entwicklung gesehen in unserer Szene wo ähm Menschen mit einem Wertekompass mit dem ich mich nicht identifizieren kann immer erfolgreicher wurden und auch mit ihrer Art und diesen Dingen die ich verwerflich fand oder finde ähm sehr erfolgreich waren ist ja heute noch so genau nicht mehr vielleicht ganz so krass wie in dieser Zeit das stimmt es sind zum also finde ich auch es sind so Paradebeispiele wie zum Beispiel Papa Platte ähm zum Beispiel sind sehr sehr groß geworden die zwar jetzt vielleicht auch nicht der moralische Engel ist aber ja vor allem vor 4-5 Jahren noch nicht war ja aber der Junge hat sich ja krass entwickelt einfach also großartig und auch äh wirklich ich bin auch so froh dass der äh also zum Beispiel dass er da ist mit seiner Größenordnung ja definitiv ja und auch gerade Thema Stream Awards da hatte ich ja auch mit ihm nochmal drüber geredet ich fand bis auf bis auf den Jumpscare fand ich keinen Preis unverdient ja das ist ja das Witzige daran auch irgendwo ne also klar die die äh zwar ein Communitypreis wurde viel abgestimmt und gerade seine Community hat insane abgestimmt aber es war auch also bestimmt 80% der Preise meiner Meinung nach auch verdient trotzdem so und das sagt dann schon viel aus aber ja du warst genau genau in der Zeit war ich halt sehr frustriert über die Entwicklung und hatte auch das Gefühl ich muss da irgendwie mich gegenstemmen so ein Gegenpol bieten und wurde dann aber auch irgendwie immer jähzorniger und frustrierter weil natürlich das auch ein Stück weit ein Kampf gegen Windmühlen ist so du hältst diese Entwicklung halt nicht ab wenn der wenn der Mainstream sag ich mal auf die Plattform kommt das war zumindest so mein Eindruck das verstehe ich ich muss da ganz kurz weil es mich tierisch interessiert weil ich mich das auch die ganze Zeit frage schon seit längerer Zeit ähm weil viele von uns haben ja entweder waren sie ja klar also waren sie auch der Meinung oder waren auch dagegen die wenigsten haben es wirklich intensiv öffentlich betrieben ja und ganz ganz viele also der Großteil von uns aus der Branche die das auch scheiße fanden haben einfach nichts gesagt weil sie haben einfach ihre Sachen gemacht und ich frage mich heute noch ähm würde mich einfach deine Meinung auch dazu interessieren ob wir uns früher schneller hätten vernetzen müssen also so das also ich denke mal es gibt ja kein Presserat oder so eine Institution die sagt yo das geht aber nicht jetzt gibt es Konsequenzen so bei uns ist immer noch was das angeht wilder Westen angesagt total man kommt ja auch mit allem durch es wird ja auch niemand gecancelt nein das ist ja ein Konstrukt es gibt genug Leute die too big to fail sind ja natürlich einzelne verschwinden von der Bildfläche manche also es gibt auch Leute wo ich schade finde dass die von anderen wieder hochgeholt werden das ist aber nochmal ein anderes Thema ähm aber äh an sich ist es ja und das ich hab mich das wirklich gefragt weil ähm wenn du mit den einzelnen Leuten sprichst dann sind die meisten eigentlich derselben Meinung also ja und trotzdem sagen die meisten auch ja aber sobald ich anfange mich da einzumischen boah was das dann so und aber ich hab mich zum Beispiel wirklich gefragt ob man hätte sagen müssen wir setzen uns mal zu 40 einfach alle vor eine Kamera und sagen einmal kurz das ist nicht in Ordnung damit so alle wissen ja erstmal hätte dafür keiner Zeit gehabt ja ist schwierig aber ja ich verstehe was du meinst pass auf ich glaube dass meine Takes von damals diese intensive Zeit wo ich unbedingt dagegen vorgehen wo es mir auch ein Anliegen war einen Gegenpol zu ähm zu stellen äh ich glaube meine Takes zu denen stehe ich heute noch ähm ich glaube auch dass es im Grunde gut ist so moralisch verwerfliche Dinge natürlich ähm zu kommentieren so nicht einfach stehen zu lassen ähm ich glaube dadurch dass ich dann aber so frustriert war einerseits durch die Entwicklung aber auch andererseits durchaus weil ähm niemand sonst oder ganz wenige nur etwas gesagt haben das war super frustrierend ähm weil ich halt auch gehört habe genauso wie du so tendenziell sind auch wahrscheinlich 95% der Influencer Szene da dieser Ansicht aber keiner macht's Maul auf auf gut Deutsch gesagt so aus diesen beiden Faktoren wurde ich immer unzufriedener und frustrierter und dann wurde es halt auch immer anfeindender von meiner Art und ich glaube die die Art der Kommunikation war dann irgendwann wirklich nicht mehr gut und auch nicht mehr zielführend so ich saß dann irgendwann nur noch da und hab Anfeindungen gemacht und abgemahnt und schwarz weiß wir anzeigen Hauptmeister nur auf Twitter irgendwann also abgemahnt in dem Sinne von wegen du hast das das ist scheiße das ist scheiße das ist scheiße auch Gott sei Dank immer warum immer noch aber klar ich hab halt nicht mit den Leuten geredet die ich meine sondern über die ja und dann erreichst du halt nichts so du erreichst nicht deren Audience du kriegst die nicht an den Tisch so die die machen dann eher nur dicht oder beleidigen oder ich beleidige und dann schaukelt sich das hoch und genau ich hab dann irgendwann eine Grenzsituation Grenzerfahrung gemacht bei so einem Vorfall über einem Influencer der hieß Danny den gibt's auch heute gar nicht mehr weil der in der Zwischenzeit verurteilt wurde wegen Vergewaltigung ja der hat die Vlogs von Thilo gemacht krass ja und mit dem hatte ich damals eine Situation der hat halt gegenüber einer Streamerin gesagt jo willst du dich auf mein Gesicht setzen so in einem Raum wo die sich nicht kannten wo der nicht safe war und das war straight up sexuelle Belästigung auch wenn es wohl bei den Jungs ein Running Gag waren und die das zu jedem gesagt haben aber hey sag es nicht zu einer fremden Frau bitte ja und selbstverständlich hat die das dann auch dementsprechend aufgenommen und das fand ich so krass so keiner hat's gejuckt so und zumindest nicht im öffentlichen Raum und dann hab ich das angemerkt ich hab dann den Clip gepostet auf Twitter hab gesagt das geht nicht weil hab da sogar zum Glück den nicht komplett durchbeleidigt weil ich glaube ich auch damals schon verstanden hab okay der ist glaube ich einfach nur furchtbar naiv und vielleicht auch ein bisschen dumm ich versuche jetzt mal das aufzuschlüsseln warum das scheiße ist ähm ja und dann hab ich den Shitstorm meines Lebens bekommen also straight up und niemand hat sich irgendwie angeschlossen oder da auch was zugesagt man muss verstehen die ganze Szene hat das schon wahrgenommen weil das war damals ein Rust Server ein Projekt ja doch aber ich also nur zu deiner Info ich erinnere mich weil wir waren da auch und wir haben dann aufgehört da mitzumachen ja als Statement darauf nein glaube ich weil ich gucke pass auf aber ja ich hab das nämlich noch pass auf genau es ist so relevant diese Situation finde ich weil ganz viele Bubbles dort vertreten waren alle haben das mitbekommen und ich hab dann das geoutcalled und wie gesagt den Shit zum meines Lebens bekommen von den Bubbles denen Danny zugehörte oder angehörte da auch die Communities und dann hat Stay noch was dazu gesagt aber das war's und zwei drei Tage später und jetzt kommt's hat Monte angekündigt dass er auch auf den Server kommt ja und das war dann glaube ich der Tropfen der so ein bisschen das fast zum Überlaufen gebracht hat so dass auch viele dann auf einmal gesagt haben okay hier ist die Grenze jetzt sind wir raus und ich glaube da wart ihr auch dabei das war aber tatsächlich dann eher drei Tage später das war halt dann nochmal die Schippe oben drauf okay also ich kann mich also ich persönlich will wir jetzt auch gar nicht da weiter tief reingehen aber ich erinnere mich selber noch weil ich hab mich sehr ich hatte mich auch intensiv mit mit Danny und der ganzen Geschichte da drumherum auseinandergesetzt das weiß ich vielleicht hab ich das auch falsch in Erinnerung aber so oder so hast du an sich recht es war nicht es gab nicht den Aufschrei genau den es hätte gebraucht sollen eigentlich auch und da war ich dann ja nee ich wollte sagen das passiert das passiert viel ja und ich verstehe auch warum das so ist weil natürlich in dem Moment wo man sich öffentlich über sowas echauffiert oder in ein polarisierendes Thema reingeht macht man sich natürlich auch angreifbar und natürlich erzeugt das auch sehr viel Stress ja und es ist eine unangenehme Sache so im Idealfall wir Menschen sind alle harmoniebedürftig im Idealfall machen wir alle nur unser Daily Business und es funktioniert und alle haben Happy Life so total ich finde nur ich fand es nur so spannend weil wir haben wir besprechen bei uns ja auch sehr sehr viel mit unserer Community gerade auch im Livestream und so und es ist ja schon eine sehr ein also ich würde schon ein bisschen sagen so eingeschworen manchmal hat man das ja halt auch und man hat und es klingt jetzt wie eine fahle Ausrede vielleicht aber es gibt auch so ein paar Sachen also wir haben uns auch bei vielen Sachen klar positioniert einmal mit unserer Community nicht aber jetzt nach dem Motto ich blaste das jetzt einmal auf Twitter raus oder so sondern im Livestream mit den Leuten klar gemacht und so aber und das haben wir auch gemerkt es ist bei uns zumindest auch viele Leute ist sind unsere Streams und so ein Safe Space ja und wenn du anfängst und dann öffentlich rausgehst und sei es irgendeine Debatte mit Skrulls oder sonst irgendwas ja und dann kommen die Leute in deinen Stream und fangen nicht nur an dich weil das ist mir Latte also ich habe kein Selbstwertgefühl von irgendeinem also brauche ich also ich habe jede Menge und brauche es nicht von außen so aber gehen da in die Community rein das ist halt ganz oft auch ein schwieriger Faktor voll und das finde ich auch so schade also deswegen ist es ganz oft so schade ich hatte das jetzt nur kurz dazu aber weil wir da hatten das ja auch mit den Peats zusammen zum Beispiel mit mit Pride Month oder dass wir zusammen auf die Anti-Rechts-Demo gegangen sind und so weiter und so fort wie viele Follower du verlierst ja in dem Moment wo man sich politisch positioniert in dem Moment wo man sich politisch positioniert verliert man ja nur Zielgruppen ja weil solange du ja unpolitisch bist kann können ja kann sich ja die breite Masse mit dir identifizieren auch politisch weil sie nicht wissen wie du politisch tickst ja ich würde es trotzdem immer wieder so machen aber ich fand es so erstaunlich weil ich erinnere mich noch ich weiß ich glaube als die das fand ich so krass ich weiß gar nicht ob die das jemals öffentlich gesagt haben falls falls ich jetzt was rausgesagt habe tut es mir leid liebe Jungs aber ich glaube bei als die Peats ihr Logo zu den Regenbogenfarben geändert haben haben die fast 200.000 Follower an einem Tag verloren ja ist halt krass also das ist schon eine Zahl so das sind ja dann auch aktive weil sonst hätten sie es nicht mitgekriegt und es ging ja dann weiter also das ist so naja ja und ich verstehe immer nicht wovor man also ich verstehe wovor man Angst hat sich zu positionieren weil sowas droht aber was du eben angesprochen hast so Thema Selbstwertgefühl so ich finde es dann schade und ich glaube so ticken aber die meisten InfluencerInnen und auch ich ein Stück weit wir haben alle Ehenknacks dass wir halt so dieses Geltungsbedürfnis haben und in dem Moment wo wir das Konträr sehen zum Beispiel Leute deabonnieren oder entfolgen das ist dann eine große Krise im Kopf und ist ganz ganz viel Stress und sorgt dafür dass wir vielleicht tagelang nicht schlafen können so ticken wir und ich glaube das ist auch einer der Gründe aber ich finde es so schade weil da bekommen dann ganz viele Leute mit fragwürdigen Wertekompassen halt eine Geltungshoheit eine Deutungshoheit weil das unkommentiert stehen gelassen wird was die machen ja aber um da den Bogen nochmal zu kriegen also ich habe dann gemerkt es ist ein Kampf gegen Windmühlen ich habe irgendwie was angepragen hat was meiner Meinung nach so eindeutig ist und habe den Shitstorm meines Lebens bekommen und habe dann für mich entschieden ich mache das nicht mehr also wirklich ich war an dem Punkt wo ich wirklich aufgegeben habe wo ich gesagt habe pass auf ich mache jetzt meine YouTube Videos ich leide nur darunter gefühlt ich merke wie sehr es mich mitnimmt ich fühle mich ganz allein gerade und ich möchte das nicht mehr und ich mache jetzt meine YouTube Videos ziehe mich zurück und habe in den letzten vier Jahren niemanden mehr auf Twitter angegriffen und ich war gar nicht mehr auf Events und habe auf Einladung ob man irgendwo mitmachen will oder so eher ausflüchtig so geantwortet und war auch nicht mehr auf irgendwelchen Partys oder Aftershows oder war nicht mehr viel unter Leuten und wie gesagt ich glaube die Corona Zeit hat das auch nochmal katalysiert und ich habe dann halt letztes Jahr gemerkt da waren wir ja die drei Gründe warum ich das jetzt gemacht habe mit dem Livestream und einer der Gründe war auch dass ich letztes Jahr dann langsam so die die Erkenntnis hatte krass das ist sehr toxisch sich so in der Art einzu einzuügeln und wie ich auch anfangs vorhin meinte ich bin eigentlich ein Mensch der sehr outgoing ist und gerne sich unter Leute tummelt und gerne auch mal auf Partys ist oder so und in der Zeit vor Corona war ich das ja auch durch und durch und ganz im Gegenteil ich habe ja sogar Leute eingeladen und in Weite erinnere dich an die Zeiten von Baal oder so oder auch sammeln das in an sich die ganze DNA davon ist ja eigentlich das Leute um sich versammeln und ja habe gemerkt ich musste ausbrechen und das waren so die drei Gründe wo dann Livestream der logische Schritt war und tatsächlich wirtschaftlich betrachtet weil das ist etwas wo die meisten als erstes dran denken wirtschaftlich betrachtet war das ein großes Risiko also wir haben das natürlich abgewegt aber du musst dir vorstellen wir optimieren da meine YouTube Kanäle mit inzwischen einem Team von elf zwölf Leuten drumherum die jeden Tag hauptberuflich nur diese YouTube Kanäle betreuen optimieren das Game des Todes jedes Video hat da 800.000 bis eine Million oder mehr Aufrufe und ich breche das ab und gehe auf Twitch und die Leute denken ich mache das aus wirtschaftlichen Interessen nee also wir wären deutlich sicherer gefahren und wahrscheinlich auch finanziell solider hätten wir einfach das so weiter gemacht aber vielleicht wärst du dann in fünf Jahren nicht mehr da gewesen und das ist halt immer wieder und deswegen mache ich ja diese Schluss damit Videos alle Jubeljahre man muss sich hinterfragen man muss in sich hineinhorchen gucken was was einem Energie auch gibt welche Art von Arbeit damit man durchhält weil das ist ein Marathon kein Sprint das ist der Grund warum wir schon auch so lange am Start sind sehe ich genauso ich weiß du musst eigentlich los ich habe aber noch ich muss noch ganz kurz ich habe eine Frage an dich ob es irgendwas gibt was du gerne richtig stellen möchtest also ich meine genau sowas weil wir beide haben da mal privat drüber geredet dass die Leute zum Beispiel das hast du ja jetzt auch irgendwie erklärt aber noch nicht den Satz eigentlich abgeschlossen viele kennen den öffentlichen anprangernden Hanno von vor vier Jahren und wundern sich warum der Hanno heute der ja auch der outgoing ist für sie gefühlt anderer ist weil der dazwischen war ja nicht existent war nicht da oder sonst irgendwas also das ne ist ein guter Punkt ich rede da in letzter Zeit so häufig drüber und das eigentlich so mit der wichtigste Punkt ich vergesse den manchmal mittlerweile also ich kann verstehen dass es verwunderlich wirkt wenn man sich jetzt nicht in den letzten vier Jahren viel mit mir intensiv befasst hat beziehungsweise es auch keine Meinung mehr von mir öffentlich einlesbar oder so waren in den letzten vier Jahren was das auf einmal dann doch unter anderem eine Monte und auf einmal sieht man mich da hocken mit dem wie kann das sein wie geht das und die Realität ist tatsächlich dass ich natürlich in den letzten vier Jahren sehr viel mit mir selber in meinem Kopf abhänge und da auch sehr viel Progress ist und man Dinge auch anders betrachtet neu sieht sich anders sich weiterentwickelt vielleicht auch oder anders entwickelt muss ja nicht immer besser sein aber in meinem Fall bin ich schon davon überzeugt denn was ich auch eben lang und breit erklärt habe früher war mein Stil eher anfeindend und vorwurfsvoll schwarz-weiß denke nicht mit Leuten reden und mittlerweile bin ich der Überzeugung und ich finde das sieht man auch generell in unserer Gesellschaft gerade auch wenn man sich das politische Spektrum zum Beispiel anschaut dass man wieder mehr miteinander reden muss weil ansonsten driftet das alles so krass auseinander das ist gerade auch sehr zu beobachten bei der Gesellschaft an sich links und rechts reden nicht mehr miteinander sondern nur noch übereinander gut mit rechts reden ist auch natürlich generell ein schwieriges Topic aber so tendenziell du weißt was ich meine Bubbles reden nur noch übereinander anstatt miteinander es durch die durch social media klappen an Feindungen und Meinungen die eigentlich gar nicht gehaltvoll sind funktionieren die trotzdem viel zu viel funktioniert auch ohne Kontext ja genau auf TikTok merkt man auch gerade ist ein Riesenthema wie die AfD da zum Beispiel das am aller allerbesten nutzt und das halt sehr toxisch und destruktiv ist und auch in unserer Industrie bin ich mittlerweile an dem Punkt wo ich sage okay die Entwicklung konnte nicht aufgehalten werden so es gibt viele große Streamer die ich glaube tendenziell haben die sich auch entwickelt aber es gibt einfach große Streamer große YouTuber die fragliche Motive hier und da noch an den Tag legen ich genau exakt und ich bin mittlerweile an dem Punkt wo ich sage okay solange es dafür eine Basis gibt lieber mit den Leuten reden oder zumindest mal versuchen anstatt immer nur anzufeinden und gar nicht in den Dialog zu gehen man muss natürlich da sehr aufpassen auch mit wem man sich dann das auch traut weil am Ende kann sowas natürlich auch ausgenutzt werden rechtsextremisten nutzen das nur aus die nutzen öffentliche Diskussion und Diskussionswilligkeit in unserer Gesellschaft aus um anderen Leuten die Daseinsberechtigung abzusprechen straight up ja dementsprechend da muss man aufpassen aber ich muss sagen wenn dann heutzutage ein Monte in meinen Stream kommt unabgesprochen gar nicht so verabredet oder so und der setzt sich neben mich und sagt jo schön und gibt mir die Hand und sagt ich bin jetzt so ein gemachter Mann nach dem Motto früher hätte ich wahrscheinlich also früher wäre ich gar nicht bei der Boller League hätte ich gar nicht stattgefunden weil ich gesagt hätte da sind Monte Knossi und Co ich will da gar nicht sein finde ich scheiße und heute ist es halt eher so okay ich hock dann da ich will ihn nicht raus also ich will jetzt nicht sagen jo verpiss dich so das wäre tendenziell auch eher der Max von früher das ist nicht mehr mein Stil ich glaube das ist destruktiv ich will aber auch mich nicht hinsetzen mit einem Monte es gab diese vier Jahre Pause gar keinen Kontakt mehr und über Fußball reden das wäre rückgratlos also habe ich mich hingesetzt und habe mit ihm Tacheles geredet und ich unemotional erst mal fand ich und ein Gespräch wo ich sage ey vielleicht kann man darauf aufbauen muss man ne also bewusst auch vielleicht weil ich denke mir es wäre ein riesen win für mich und mein Wertebild und darum geht es mir ich möchte das vermitteln und dafür setzen wir uns ja oft ein für solche Themen wir haben moralischen Kompass mit Schwerpunkten und dem wollen wir anderen vermitteln und es wäre ein riesen win würde ein Monte beispielsweise eine gemeinsame Aktion machen gegen rechts oder für LGBTQ plus rechte vorausgesetzt natürlich der meint das ehrlich und nutzt das jetzt nicht nur als zum reinwaschen und da bin ich auch mittlerweile an dem Punkt wo ich sage okay vielleicht ein bisschen mehr benefit of the doubt wieder weil ich habe schon das Gefühl dass Marcel gar nicht mehr Bock also der hat auch keinen Bock mehr drauf der Assi vom letzten Herrn zu sein öffentlich und man muss auch einfach sagen ich will ihn jetzt nicht zu sehr in Schutz nehmen der hat viel scheiße gemacht und ich habe das auch viel in der Vergangenheit angesprochen dennoch der kommt aus dem ghetto der hat ein spezielles Umfeld gehabt vielleicht auch heute noch wer weiß ob der nur Ja Sager um sich herum hat vielleicht ist er auch tendenziell hier und da bei Aussagen naiv und was doch zählt ist ob er sich die Sachen wirklich jetzt angehört hat und mitgenommen hat und ob man jetzt vielleicht es schafft dass man gemeinsam eine Aktion macht wann auch immer und wie er dann damit umgeht so wenn er wenn man das Gefühl hat oder wenn es den Eindruck vermittelt der nutzt das jetzt einfach nur für sich um sich eine weiße Weste anlegen zu wollen oder so dann hat man es versucht und dann ist scheiße gelaufen aber ich denke es ist immer noch besser als eine Monte der einfach fest im Sattel jetzt in der Mitte der Szene sitzt die ganze Zeit sich abzukapseln und gar nicht erst zu versuchen seine Audience zu erreichen weil darum geht es ja dass man seine Zuschauer Zuschauerinnen erreicht mit einem Wertebild was ein bisschen konträr ist ich verstehe deinen Gedankengang verstehe ich sehr sehr gut also das wäre natürlich wenn wenn sich jemand so Großes entscheidet oder sich durch Argumente eine neue Meinung bilden kann natürlich wäre das ein sogar und bei der Größe muss man ja davon reden es wäre ein gesellschaftlicher Vorteil zumindest nach unseren moralischen Vorstellungen genau ist ja auch immer im Auge des Betrachters so anliegen würde er sich das jetzt anhören würde er sich wahrscheinlich auch das würde der anders dazu stehen so aber letztendlich geht es ja darum man diskutiert miteinander trifft sich erstmal argumentativ auf Augenhöhe ja erhöht sich nicht über den anderen und guckt sich in die Augen und diskutiert und tauscht sich aus so wie die alten Griechen schon im Athen um dann irgendwie einen Konsens zu finden oder agree to disagree dann meinetwegen auch kann ja auch sein so weißt du ist ja auch in Ordnung dann hat man es auch festgesetzt ich verstehe das wie gesagt hast du ja auch schon schon angesprochen man muss immer gucken mit wem und wie man das hinkriegt weil es ist leider ja auch ein Drahtseilakt ich muss jetzt noch abschließend wirklich abschließend ich stelle jedem meine zwei Abschlussfragen was hättest du gerne gewusst bevor du diesen Werdegang eingeschlagen hast und was würdest du Leuten mitgeben die das auch machen wollen gute Frage ich glaube ich hätte gerne gewusst dass oder ich hätte das Selbstvertrauen in mich von Anfang an gerne gehabt dass wenn ich diese Sache durchziehe und jetzt mache so diese Anfangszeit bei Freaks dass ich dann mir nicht reinquatschen lasse so in Bezug auf gesellschaftliche Norm yo Ausbildung noch machen oder du solltest doch studieren oder wenn ich das Gefühl habe das ist es das macht mir Spaß darin bin ich gut weil das geht dann damit einher wenn man Spaß an der Sache hat ist man automatisch gut dann sollte ich mich darauf fokussieren und ansonsten wahrscheinlich dass man aber das ist halt etwas was sehr unterbewusst bei mir abläuft und auch ein bisschen tiefenpsychologisch ist deswegen ist es glaube ich kein guter Ratschlag für andere sondern sehr auf mich bezogen ich habe immer über die Jahre sehr unterbewusst um mich herum Sachen aufgebaut ich habe immer wieder mich so als Galleonsfigur verpackt für Dinge ob es bei Summoners In war Spandau Inferno Ball Instinct 3 Eintracht Spandau ich schaffe es immer unterbewusst neue Dinge zu starten Leute um mich zu versammeln damit ich ein Safe Space habe aber das Problem ist alles dreht und wendet sich dann immer auch nur um mich und ich habe ganz viel auf den Schultern und das kann auch sehr tricky sein man kann sich da sehr schnell übernehmen das wäre so der Ratschlag an mein früheres dass ich dass ich da mehr darauf achte mir nicht zu viel Hüte aufsetze mit zu vielen Verantwortung weil am Ende des Tages ich sage immer ich bin fremdgesteuert das ist auch bedingt produktiv aber es ist auch ein Lebensalltag der sehr anstrengend ist weil man sehr viel Verantwortung abgibt in fremde Hände man braucht sehr viel Vertrauen dafür und wenn es dann mal nicht gut läuft muss man echt gucken dass man einen kühlen Kopf bewahrt ja das hätte ich so meinem früheren Ich auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben dass ich da mehr drauf achte okay Max ey danke für deine Zeit danke dir Paul tatsächlich hätte ich noch weitermachen können nicht zeitlich aber wir sind jetzt auch schon eine halbe Stunde drüber aber gut aber es hat Bock gemacht ja ebenso ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich wünsche auch allen da draußen einen schönen Tag ich hoffe ihr konntet alle was mitnehmen und wie immer Feedback ist gewünscht alle Infos zu Max findet ihr unten in der Beschreibung und ansonsten bis bald bis bald tschüssi ciao